Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Golf Viz Granz mit dem Manus, dem Liquid, dem Daxen, dem Granz, der Shigo, dem Fisk, dem Nils, dem Dalukat und der Juli. Und wir haben wieder irgendwelche Special-Regeln. Ah ja, wir haben einen mehrkantigen Würfel. Oh Gott. Was haben wir? Einen mehrkantigen Würfel. Was? Joho! Ja, so ein Ding. Woh! Oder? Haben wir Kollisionen noch? Ja. Oh. What? Alter. Wer hat sich das denn ausgedacht? Der ist ja noch schlimmer als sein Ei. Der ist ja noch blöd als sein Ei. Präzision. Scheiße. Ich bin über jemanden drüber gesprochen. Der bleibt halt einfach regelmäßig blieben, gell. Können wir springen? Nein. Was? Alter. Aber es ist Low-Gravity an. So, man springt weiter. Ne, aber du springst weiter. Oh Gott, oh Gott. Drei geradeaus. Sicher. Oh Gott. Okay. Volle Pulle geradeaus. Nein. Ich rolle einfach runter. Nein. Hängt doch vor. So machen wir auch schon. Da kommen sie alle. Da kommen sie alle. Da kommen sie. Haulen. Haulen um. Ja, alle hängen wieder. Kollision ist off. Kollision ist aus. Nein. 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 Was für ein schlechter Start, ey. Ja, dann hätte der Sachsmisch reingemacht. Ja, mich auch. Ey, das liegt sogar auch so schlecht. Der Ameisenhügel wird dick, ey. Oh. Nein. Oh, da spring ich raus. Ich auch. Nein. Oh, jetzt geht der so. Bergab ist so geil. Ey, das sieht so gut aus. Neckenrennen. Aus dem Weg. Ey, Leute. Aus dem Weg. Die Kavallerie. Ja, nein. Nice. Die Kavallerie kommt. Ja. Exakt oben. Alter, ich bin letzter, ey. Der da hinten macht dauert seinen Mund auf und zu. Ey, das ist so. Ja, 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 oh Mann, oh Mann. Das hier, ey. Wie konnte man den denn mit zwei machen? Ach, du heilige. Volle, volle Latte. Kommst du nicht mal an? Ich bin drin! Ja, den Rauch! Ich auch. Ich stehe hier oben. Voll easy. Moin, Leute. Ich stehe hier dann da. Nein, 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 nein. Aber Igel ist geil. Komm schon! Ja! Nein! Oh! Fünf Schläge. Ey, ich bin grad richtig, richtig schlecht. Also den muss man ja wohl safe geben. Der Sechse schleppt da oben stehen. Ähm. Standard. Ich hab auch eben den zweiten. Da hab ich direkt hier die Schräge hochgeschlagen. Bin komplett über den Berg geflogen. Mühe weiter. Ja, das ist gut, das ist gut. Ey, besser als wieder runter raus. Geht denn überhaupt? Ich wollt grad sagen, ich glaub eine Bank geht gar nicht. Die hier. Ähm. Ähm. Äh. Das geht nicht. Doch! Ich bin oben! Ja, geht. Easy. Aber wie kommt man da rüber? Nein! Scheiße. Ja, ich hab's auch. Doch, doch, geht auch. Geht, geht, geht. Wow, 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 Leute. Geht alles, wenn man... Geht alles! Bin drüber! Easy, Mann! Einschlag! Einschlag! Nein! Äh! Fisk, was machst du denn du? Was mach ich denn da? Leid mal dran... Nein! So wie Fisk bin ich... Nein! Das geht doch nicht! Das geht nicht! Das geht nicht! Das geht nicht! Das geht nicht. Nach links rüber mein ich. Nach links rüber. Und jetzt? Da rüber? Nach vorne! Nach vorne! Noch weiter nach vorne! Ja, und jetzt mit 3,8 rüber! Ne! Oh, Mann! Sonst fängst du so von unten an! Ist aber auch random, wie du losrollst, ne? Oh, fuck! Oh, yo! Was reingehört ins Loch? Eiskalt! 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 Juli! Komm, schmack es! Oh! Oh! Da sind 3 Stück out of Strokes, ey! Oh! Du wirst, was zu tun ist! Ja, erstmal vorlegen und dann rüber! So, das klappt! So! Oh Gott! Nein! Volle Kanne! Oh! Geht das? Wohin muss ich denn? Nein, ich bleib! Dann bleibst du hier in dem Tunnel hängen! Aber lieber den Tunnel als den anderen! Ich geh wieder raus, ey! Oh, meine Kamera buckt! Oh nein, ey! Haha, Nils ist einfach so rausgekrochen, ey! Oh, Kacke! Ich bin hier hinten auf der Schläge und im Tunnel liegen geblieben! Ich bin auch auf der Schläge im Tunnel! Überhalten geblieben, ey! Und dann bin ich direkt unten rausgefallen und dann nochmal liegen geblieben! Nein! Aber auch 3 Schläge einfach, die ich nicht gebraucht hätte eigentlich! Wieso ist es normal, dass du im Tunnel liegen bleibst? Nicht so schnell, ne? Gut, und nicht so langsam! Ja, da bin ich auch noch liegen geblieben, Mann! Ja, ja, eben! Das ist ja auch ne gerade Fläche! Komm, die Kamera buckt! Und jetzt bleibst du nochmal liegen? Ja! Jo! Was?! Auf jeder gerade Fläche bleibst du liegen! Du hast viel zu leicht gespielt, ey! Ey, ne, viel zu low, ey! Jetzt gegen die Dinger! Jetzt kommt noch so viel Schrott, ey! Oh! Oh! Ach du Scheiße! Falling! 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 Falling ist nicht! Ja, Fisk hat es geschafft! Als ob! Du musst ja richtig gegen die Säule fliegen! Wer hat mich gekickt? Ja, du kannst doch gar nicht richtig! Das ist unmöglich! Da bleib ich liegen jetzt! Hier holt einer ein paar Glückspoints! Ja, ja, Fisk ist doch schon drin! Ja, ey! Wollt ganz arg jetzt! Das werde ich, ey! In Lobob! Hier ist ein unsichtbarer Wust auf der Map! Ja! Ey, der boostet mich! Was soll's? Äh! Arnd auch im Liegen! Out of Strokes, ey! Ich auch! Die dummen Sprünge sind schuld! Oh, fuck! Geduldung! Ja, geil! Was? Letzter Versuch! Easy! Komm schon! Läumannes! Manos! Out of Strokes! Manos! Er liegt von mir auf und zwei Schläge vorbeigesetzt, ey! Der Lackenpunch war nicht da! Alle 14, ey! Voller Blö! Nicht einfach! Ich hab elf! Oh, no! Äh, Out of Stroke! Out of Stroke! Ich hab zehn! Ah, stimmt! Kontrat war auch noch warm! Ja, alle Out of Strokes! Sehen wir wieder gleich auf! Oh, oh! Das geht natürlich nicht! Oh, fuck! Du musst dir so nah wie möglich vorlegen, glaub ich! Ich hab wieder zu fest! Und dann mit Speed drüber! Ey! Ich werd dir down! Oh, oh! Ich dachte, das wird nix! Das ist so flogen, ey! Kann man da rüberfliegen? Glaub nicht! Doch, ich glaub schon, wenn du richtig abfällst! Also, ich glaub es geht! Da flog einer hoch! Wer war das? Einer ist richtig hoch geflogen! Ich hab's fast geschafft! Nein! Oh! Oh, kack hier! Wir alle liegen! Da liegt bis drüben! Das sind das die wichtigen Punkte! Ja! Das sind hier die wichtigen Punkte! Die Glückspunkte sind das nämlich! Oh nein! Komm schon! Und ich direkt vorm Loch! Und ich direkt vorm Loch, ey! Da kullert der... Komm schon! Doch, ich! Ich schläg direkt vorm Loch! Und dann kullert der auf die falsche Seite, dieser Würfel, ey! Das war's! Das war's, Lars! Fertig! Over! Gute Runde! Gute Runde! Well played! Ich glaub ich hab gewonnen, oder? Die restlichen Bahnen schaffen wir gar nicht mehr! Oh oh! Oh fuck! Erstmal hier vorm liegen bleiben! Erstmal hier vorm liegen bleiben! Oh! Und dann mit Schmackes rum! Jawoll! 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 Oh! 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 Oh nein! Oh nein! Doch, das geht aber! Die gibt mehr Boost! Ich war grad gut dabei! Ja! Ja! Er bin drüben! Die gibt mehr Boost! Eins! Nein! Ich bin über Loch! Ja, warte mal du! Oh oh! Da isser! Da isser! Guck mal wo ich da isser! Oh nein! Haha! Das ist der Bett! Hast du keine Schuld? Der letzte! Out of strokes! Leute, guck mal wo ich liege! Nein! Oh, das ist so... Und dann liegt in der Rinne! Nein! Lol! Kann man's schaffen aber! Kann man's schaffen! Darf... Darfst du nicht weglegen von der Bande! Ey! Den musst du von da spielen! Der Tiger hätte den reingemacht! Die ist easy jetzt! Oh, da legt er sich gut in Position! Ja! Und bin oben! Auf dem geheimen Gang! Ja! Die war zu einfach die Strecken! Nein! Oh Gott! Ich hab was am letzten! Hat für einfach ihr! Juli schlägt da noch! Rüber! Und jetzt rein! Rein ist halt schwer von der Distanz! Rein ist halt random! Die macht das! Die macht das! Pass auf! Oh! Oh shit! War nicht schlecht! War nicht schlecht! Jetzt hat Nils einmal an mich geglaubt! Das war das letzte Mal! Ja! Ich glaub auch! Schwung ins Wasser! Er rollt am Boden! Der Ball! Was? Geil Mann! Geil! Weil er ist untergegangen! Boah wie krass er springt! Weil er auch am Boden! Ja weil er untergeht! Oh nein! Ich komm nicht rein! Ich hab's nicht geschafft! Weil ich hier tauche! Ich hab so ein U-Boot! Meiner liegt auch am Boden! Was? Aber wegen Low Gravity kann man krass springen! Ja du hebst richtig ab! Vor allem wenn du vom Boden halt hochkommst! Manus, du ab! Nichts hält dich am Boden! Hallo Kinder! Hallo Freunde! Hallo! Nein! Oh Mann! Schade! Nein! 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 Das war ja nix, Mann! Oh nein! Was ist denn mit der Sachse? Das Kohlenstück, ey! Das Kohlenstück, ey! In der Sahara! Ich hab's hier! Ja! Sagst du auch dein Brickett! Ja das stimmt! Oh mein Lieblings-Map, ja! Doch doch das geht! Du musst erst vorlegen wieder! Vorlegen? Vorlegen? Ja ja! Easy niss! Rüber! Legt euch vor, Leute! Oh! Was? Oh shit! What? Get out the way! Nein! Sachse! Mit den Hex! Ja ja! Sachse mit den Hex! Mit den schwarzen Hex! Scheißen! Warum fliegt mein Ball? Ich kann ihn so abschlagen nach oben! Ist egal was ich mache, flieg hoch! Stimmt aber! Was? Ich auch! Bleib auf der Kippe stehen! Bleib stehen Junge! Und schnell weiter! Oh Gott ey, war das so schlecht! Bleu Manos ey! Jetzt muss ich aber einlochen! Das interessiert den einfach gar nicht mit der Kippe! Komm Juli! Du musst rein! Ah ne hast du noch! Ups! Oh! 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 Jetzt wär's durchgereicht hier jetzt! Oh Mann, oh Mann! Da kannst du auch direkt nach rechts spielen! Ja! Über dich nichts! Jawoll! Ich lieg richtig gut! Nein! Oh! Es geht nicht, Leute! Das geht alles! Ne! Ihr müsst anders darüber! Oh Gott! Oh Gott! Das ist nicht gut! Doch man muss irgendwie so versuchen mit Bande Ja! Ja! Bies! Ich bin gegen die Bande und dann rüber gefetzt! Haha! Gelackt! Hashtag Grins lackt sich durch! Alle hopp! Oh nice! Das ist nur theoretisch gesagt, wie es geht! Ich weiß! Und ich hab's einfach probiert und es hat geklärt! Ja jetzt lieg es drüben! Keine Schläge mehr! Oh fuck! Die Rampe müsste nicht nehmen! Die Rampe geht nicht! Aber anders gekullert! Keine Chance! Wir müssten mit irgendeiner Bande darüber fliegen! Ich hab der Step vor dir Dalu! Diese kleine Rampe oben noch! Von da bin ich direkt drüber gesprungen! Aber das ist halt random! Ah fuck no! Fünfmal über die Bande und rausgeflogen! Manus! Du musst jetzt gegen den Block! Gegen den Sockel da! Das hör mich auch! Ja mit Schmackes jetzt! Bäm Junge! Bäm! Kommission wärs vielleicht drin! Oh da hat er gepunktet! Da holt Rents Punkte! Oh ja? Was hast du denn für ne Bahn? Die kenn ich's gar nicht! Was hast du denn für ne Bahn? Die kennt doch keiner! Wer hat die denn jetzt so kacke gebaut? Die geht ja nicht mehr! Hä? Geht wirklich nicht! Doch doch! Nach links! Direkt! Das geht! Zum Glück sind wir ja nicht mehr die Eier! Wenn er die Eier in den Mund genommen hätte! Oh scheiße! Die Swings sind die Eier! Ja! Oh! Aber ich bin wieder runtergefallen! Das geht aber nach links rüber! Es ist physikalisch unmöglich! Die haben die Schränke jetzt einfacher gemacht und dadurch ist sie immer noch behindert! Ja! Nein! Also wenn man die Erdatmosphäre dabei einrechnet, kann man das nicht schaffen! Keine Chance! Es muss doch irgendwie ein Geheimgang geben! Ich hoffe die gehen jetzt alle nicht! Dann hab ich gewonnen! Direkt hier vor der Rampe ist wieder so ne Kuhle! Oh! Ich hab's fast nicht! Das ist doch von der Alpen! Das stimmt ja! Ja genau das haben die nicht wegbekommen! Komm nicht rüber! Komm nicht rüber! Nee nee nix! Ja das ist ein Rapport! Oh! Grand Sex! Alter das gibt's ja gar nicht! Ah ne du weißt mich da gar nicht! Nee! Wobei so richtig von der Alpen ist das nicht! Juli! Juli ist im Mund Leute! Weiterschlagen den Rachen runter! Ist eh der Letzte jetzt! Baut den Rachen rein das Ding! Ja Juli kennt das ja nicht so gut! Oh nein! Oh! Aber ich bin im Rachen! In der Speiseröhre! Da bist aber weit gekommen Juli! Respekt! Soweit schaffen's die meisten nicht! Besser als Luftrohrer! Ich komme doch jetzt wieder am Start hier unten! Ich roll runter! Warum? Womit läuft das denn? Nein! Das sind Löcher! Du 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 du! Oh Scheiße! Wie ihr da oben liegen bleibt! Was schön lange ihr habt! Du 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 du! Ihr müsst euch so ein Lkw Geräusch machen wenn ihr rückwärts rollt! Piep 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 piep! Bääm! Nein so macht kein Lkw! Bääm! Oh kack hier! Bin schon mal am Loch! Das gibt's nicht ey! Gott! Das sieht gut aus! Das sieht gut aus! Hier muss man rüber lachen! Bleib doch stehen! Bleib doch stehen! Du eierst ja nach links und nach rechts und so! Letzter Schlag! Nein 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 nein! Piep piep! Ich schaff's nicht! Ich bin so schlecht! Ich bin so schlecht! Volle Power! Grans was da los! Volle Power! Das ist nicht über den schmalen Gang! Ja ja ja! Nein! Ist letzter Schlag gewesen! Volle Power! Nimm die dicken Dinger! Oh! 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 Einfach volle Lattes! Ey! Da lässt er liegen! Da lässt er liegen! Oh! Oh! Das war's! Das war's! Das war's! Warte ich hab ja noch ne Minute! Du bist raus Grans! Leute! Ich seh ne neue Bahn! Die letzte ist anders! Ich prophezei es euch! Ich seh ne neue Bahn hier! Ja ja ja! Da ist wohl hinten die komplette Wand ist so ne Träge ne? Reicht trotzdem nicht dass ihr hier mal aufholt ey! Hier fehlt auch der Bolzen da! Stimmt! Der sich dreht! Ja! Neue Meta! Endlich! Ey! Wo flieg ich denn hin? Alter! Ich leg jetzt nur noch vor ey! Keine Skillrunden mehr! Das hatte ich vor vor zu legen! Aber es wollte ich nicht! Piep! 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 Ja! Ich bin auch drüber! Ich lieg hier hinten wieder! Yo Grans! Was war dat denn? Yo Grans! Alter! Was war das denn? 10 Schläge gebraucht! Was? Hast du mich gesehen Fisk? Nee! Ach! Nein! Warum? Spiel hast dich! Und jetzt die neue! Wo ist Schiegel? Das schaff ich auch niemals rechtzeitig aus! Der meiste Punkt hat das gewonnen! Wie war das? Alle über 100 ist auch super! Das ist hart! Das ist richtig hart! Juhu! 135 ist Meter! Ja 200 ist das Ziel! Oh die ist auch neu! Nice! Das ist die vorletzte! Wo eigentlich der Boost war! Ey die ist ja richtig geil! Hä die mit dem Boost war doch cool eigentlich! Die ist total! Ja die war vermagd! Na klar ich bin der einzige mal rumgefällt! Ne ich hab mitgemacht! Die ist doch geil! Die wird sicher voll nice im Normal! Ja! Mhm! Die kannst du ja auf jeden Fall in einem Schlag schaffen theoretisch! Könntest du dir Feuer hauen! Ja! Mal gucken was jetzt die letzte ist! Oh ne ey! Ja die letzte wird interessant! Oh Gott! Die letzte war nicht! Die letzte wird hart! Hä? Was? Oh oh! Das ist unser Entscheid! Wie wohin? Ich geh hinterm Sack glaub ich nicht oder? Wo ist da hinten hin? Hä? Glaub ich geh ich nicht! Was ist da hinten hin? Du musst vom Boden lucky abprallen dass du wieder hochkommst! Ja ich glaub auch! Okay also Glück! Ich bin der Glücksmann mit den Eiern hier! Glück dann müsste ich's doch schaffen! Glück Glück! Oh da da! Oh Bitch! Rechts wieder mal ein bisschen! Ja ich hab's ich... Nein ich bin die Sport! Ich bin auch die Sport! Das ist ne Frechheit! Ich hab! Oh nein du hast den Boden nicht! Man darf den Boden nicht! Der Boden ist Lava! Du musst aber die Vasen gehen! Die Vasen gehen! Nee! Doch die Vasen auf denen kannst du aber liegen bleiben! Oh no! Durch die Vasen bin ich grad durchgeflogen! Ich flieg die ganze Zeit durch die Vase durch hier! Dann haben die keine Colli! Toll! Ääääh! Dicker wir schießen in den falschen Richtung! Wie? Es geht links und rechts! Es geht auf beiden Seiten! Aber ihr redet ja von den Vasen links! Oh das ist es so! Es geht auch Vasen rechts! Das ist der Sieg Leute! Ja was ich für dich! ... Punktegleichstand. Nix! Nix! Und da hat er gewonnen Easy! 154 154 sollte man sich ein Beispiel 59 ist Paar Leute, wenn euch diese verrückte Runde gefallen hat Die restlichen Links findet ihr in der Videobeschreibung Schaut auf jeden Fall da vorbei Und wir sehen uns in der nächsten Crazy Runde Golf wieder Tschüss